UNSER RADIO UNSER RADIO UNSER RADIO Die Hits von heute Die Hits von heute Die Klassiker von damals UNSER RADIO Für den besten Musikmix in Niederbayern UNSER RADIO UNSER RADIO Die Nachrichten Soweit das Neueste aus Deutschland und der Welt Und jetzt wieder Nachrichten aus Niederbayern Mit Christian Schillmeier Das Niederbayernwetter mit den aktuellen Temperaturen Rudeting meldet 5 Grad, Regen 2 Grad und Hängersberg 5 Grad Es ist heute ziemlich drüb und nasskalt draußen Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad Es kann immer wieder regnen Im Bayerischen Wald auch schneien Danke Christian Der UNSER RADIO Verkehrsservice Aktuell nichts gemeldet für Niederbayern UNSER RADIO DH Nachmittag bei UNSER RADIO Mit Dominik Schiller Servus UNSER RADIO UNSER RADIO Die besten Hits von heute Die großen Klassiker von damals Und alle Infos aus der Region Das ist Das ist Das ist UNSER RADIO UNSER RADIO Lokalnachrichten Der UNSER RADIO Verkehrsservice Aktuell nichts gemeldet UNSER RADIO UNSER RADIO UNSER RADIO UNSER RADIO Die Hits von heute Die Klassiker von damals UNSER RADIO UNSER RADIO Der beste Musikmix für Niederbayern UNSER RADIO ist das Programm der Funkhaus Passau GmbH und Co. KG Geschäftsführung und Redaktionsleitung Walter Berndl Neben eigenen Berichten werden für die aktuelle Berichterstattung auch Beiträge der UNSER RADIO DEGGENDORF Programmanbieter GmbH und Co. KG sowie der Bayerischen Lokalradio Programme GmbH und Co. KG genutzt UNSER RADIO ist ein 24 Stunden Hörfunkprogramm Zu empfangen über die UKW Sender der Funkhaus Passau GmbH und Co. KG sowie über die UKW Sender der UNSER RADIO DEGGENDORF Programmanbieter GmbH und Co. KG Simulcast ist das Programm in ganz Niederbahnen über DAB Plus in zahlreichen niederbayerischen Kabelnetzen und über Internetstream zu empfangen Weitere Informationen gibt's im Internet unter UNSER RADIO DE UNSER RADIO DEGEN UNSER RADIO DEGEN